Was geht Leute? Willkommen zu einer neuen Folge Jotun Valhalla Edition. Okay, ah da geht's jetzt lang. Wir haben letztes Mal ja den Grabwächter, würde ich jetzt ehemals sagen, gebatscht und die Göttin. Links rechts, links rechts, nein wir gehen rechts. Bin mal gespannt, was wir jetzt alles, die Wurzeln von Yggdrasil, Nidavellir. Ich will ja da an Wasser entspringen. Oh nein, holy shit, wir sind langsam hier. Wir sind, keine Ahnung wieder wo wir sind. Ach, das ist immer so nett. Okay, was ist das? Boah, mauli, mauli. Jetzt singen wir mir auf den Kopf. Ah, okay, warte mal. Ich glaub jetzt hab ich's. Wir rutschen jetzt da runter. Dann müssten wir da sein, dann müssen wir jetzt da hoch. Wenn das geht. Äh. Wir haben gar keine andere, weil wir müssen runter. Jihah. An den Wurzeln von Yggdrasil. Auch nicht schlecht. Wurzeln von Yggdrasil. Boah, das ganze Damage geben. Manchmal noch das nächste. Können wir da jetzt irgendwie was machen? Man verliert halt so bissl die Orientierung, weil man halt nicht weiß wo man ist. Das ist halt so ein großes Problem. Sie ist halt nirgendwo wo du jetzt gerade wirklich genau bist. Mimir heil mich bitte. Danke. Warum müssen wir hier gut in einem Falle machen? Wir flutschen. Eieieie. Was sind das für riesen Wurzel? Oh. Boah. Holy shit. Wir rutschen schneller als das Bild mitkommt. Mieser Treffer. Wo rutschen wir überhaupt hin? Wir rutschen. 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 Ich habe aber immer noch keinen Planen wo ich da hinkomme. Wird noch mehr. Irgendwie müssen wir hier wieder rauskommen. Hallo? Irgendwie müssen wir da wieder rauskommen Amimiere, bei dir ist doch auch nochmal... Ja genau Aufstehen und betchen Au Da gibt's ne Runde Auch mal hoch Nee Ganz weiter Irgendwie müssen wir ganz hoch kommen Ich bin fast tot Da rutscht man doch jetzt auch wieder Wie? Oh Gott Nicht genau da wieder, wo ich grad eben war Oder? Oh nein, jetzt darf mich keiner treffen Oh shit Ja, dir ist es nicht gelungen Die Gürtel zu beeindrucken Meine Frage ist jetzt Habe ich das Teil oder habe ich's nicht? Geht das so einfach? Ah, ich glaube wir müssen jetzt noch links rum gehen Ja, rechts haben wir Okay Dann Mal links rum Und irgendwann kommt ein Bossfight wieder Blocks Schmiede Brock... Brock Ray, leikin-handverksmaßu aus Dvergaken sizi Oh ja, Bock ist für seine legendären Teile bekannt. Da war der Hohr, Wagnerröck, Bock der kleine Genie. Das sieht ein bisschen arg verlassen aus. Das ist Brock. Hm. Ups, falsche Taste. Alle Winde einschlagen, ja. Gehen wir mal da hoch. Das gefühlt, die sind... Warum rennen die jetzt weg von mir? Hallo? Hallo. 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 Bleibt stehen. Ich tue euch nix. Goldener Apfel. Nice to have. Natürlich komme ich da nicht hin. Ich hätte auch anders sein sollen. Okay, 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 okay. Zwei Hammer, zwei Fehl. Ich tue euch nix. Ich tue euch nix. Aber... Ich tue euch nix. Ihr habt auch gar nicht gegen euch kämpfen. Hey, doof. Bestimmt, ich will dann ja Gold klauen, oder so. Wetten, die versammeln sich da hinten wieder. Irgendwo versammeln die es sich doch bestimmt wieder. Und dann wieder mit 20 Leuten auf mich losgehen. Uiuiuiui. Längste Brücke. Längste Speer. Man zeigt mir doch einfach nur, wo ich hin muss. What the hell? Was ist das? Fängt mit euch. Stimmt mit euch nicht. Die, die alle leben können. Keinen umbringen müssen. Mami, Miel. Ja. Okay, okay, okay. Da geht's da hoch. Wir hauen eh gleich wieder ab. Bist du schönst zu Mimil? Ja. Mimil. Mach Auge. Wollah, Käse. Okay, die versammeln sich wieder irgendwo. Weil das ist nicht nur ein Große dabei. Okay. Wow, okay. Okay. Oh. Di庄�, 지금. So? So? No. Oh. Wow. alles mit meine schuld wir wollen selber so hätte mich einfach in ruhe da durchgehen lassen können ich habe da nicht damit nichts zu tun bei mir wo ist denn das jetzt da geht es auch nicht weiter aber auch ich muss einer aktiviert ob ich den weg dann auch wieder zurück finden ist die andere frage zwerge da rumliegen wie gesagt es ist nicht meine schuld die hätten mich auch einfach durchlaufen lassen können nein die haben sich so mächtig gefühlt und haben gemeint die hauen mir einen auf den kopf die hauen die hauen die hauen die hauen dass da rechts oben noch was war das da rechts oben noch was war kä ich jetzt mal davon aus dass wir mal jetzt mal nachchecken die jetzt alle schon wieder jetzt haben wir auf die alle warten die sechs leute mehr habt eine zu bieten nur sechs leute lächerlich auch hier sehr vielversprechend aus können wir hier noch irgendwie nach hohen oder irgendwas sein ja hier okay okay einfach bübsch da können wir den mannö und da kriegen wir mal den äpfel ja hier zack haben wir es ja gleich gefunden ohne uns zu verlauben die tun verlängert dein leben das ist die andere frage da da muss ich jetzt echt nochmal alles zurück klatschen ey kann doch nicht sein oder jetzt muss halt zu dem runen teil da hier waren wir jetzt hier hoch dann da über die brücke irgendwie da runter so das war jetzt das hier genau muss doch auch noch irgendwie was sein das ist ja komisch ach guck an guck an du da guck an du kommst raus was ist das ach da täuschen wurde mir ja ok das war hier oben lol ja wir haben die Kraft Lokis verwirrend ok so langsam check ich dann die die Karte langsam aber sicher langsam aber sicher kapiere ich die das wird auch die Kraft dann sein die wir bei Mimiel immer aufladen können wie unsere Gesundheit weg weg so und zwar jetzt müssen wir eigentlich nur runter 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 so da ist jetzt Mimiel hinter Mimiel müsste eigentlich jetzt dann weiter gehen aber ah hab's grad gesehen bei Mimiel kann man runterlaufen genzahle sorry bros ich bin halt Wikinger und ihr seid Zwerge kann er noch mal oder noch einmal oder kann er anscheinend noch einmal mach nicht so Auge auf mich ja jetzt jetzt ergibt es Sinn so da gehen wir da weiter jetzt da weiter und da müsste dann eigentlich die Fassern muss ich schon wieder wieder da wir sind denn das ist keine die Tümer die Tümer abhauen gott sei dank kostet ausweichen keine ausdauer hat sich die neue reihe nennt es werden weniger holy shit da jawoll es Es... Elbiii Du hast gefunden beide Rúnir Fjár Hellajötun sinnen, der sitzt in der Hásäte. Halt du Háfrenkarnasvæðir Eða snuðu aftur in Ginnungagab. Nein, wir haben schon... Erf Porsch, wir haben alles gefunden. Aber Leute, den Kampf gegen Faye machen wir dann das nächste Mal. In dem Sinne... Ciao, ciao!